Hilfe zur Buchung eines Überraums Gehe auf die Homepage der Hochschule für Musik und Theater München, dann auf Intern und klicke auf E-Office. Melde dich mit deiner Kennung und deinem Passwort an. In der linken Liste siehst du den Reiter Überraum buchen. Klicke darauf. Nun siehst du die Standorte der Hochschule. Du möchtest in der Arzestrasse einen Raum buchen? Dann klicke auf das kleine Kalendersymbol. Nun siehst du die Übersicht der verschiedenen Räume in der Arzestrasse sowie die Zeiten, die bereits für Unterricht gebucht sind. Wir möchten für morgen einen Überraum buchen und klicken deshalb auf Nächster Tag. Wir möchten den Raum A009 buchen. Wir wählen diesen hier aus, geben die Zeit ein und schreiben bei Stichwort Üben hinein. Nun klicken wir auf Termine speichern. Der Raum ist nun gebucht. Außerdem möchten wir nun von 14 Uhr bis 15 Uhr den Raum A011 buchen. Wir schreiben erneut bei Stichwort Üben hinein und klicken auf Termine speichern. Möchtest du eine gebuchte Zeit wieder löschen, klicke auf das rote Kreuz. Du hast auch die Möglichkeit, auf einmal zwei Termine zu buchen. Klicke dazu auf das grüne Pluszeichen und gebe deine Zeiten und Räume ein. Klicke nun auf Termine speichern. Nun sind beide Zeiten gespeichert. Du möchtest einen bestimmten Raum buchen. Auch hierzu hast du eine Möglichkeit. Klicke auf Überraum buchen. Und klicke nun auf den Raum, den du buchen möchtest. Nun siehst du die Wochenansicht für diesen Raum. Vorsicht, das Wochenende wird noch nicht angezeigt. Es wird erst angezeigt, wenn ein Termin am Wochenende gebucht wurde. Wenn du auf Überraum buchen klickst und ganz herunter scrollst, siehst du deine gebuchten Zeiten. Auch hier hast du die Möglichkeit, eine Buchung wieder zu löschen. Markiere dazu den Termin und klicke auf das rote Kreuz. Und wenn du im Heiligtum bleiben willst, dann beachte die Regeln. Eine Überraumreservierung ist erst ab 24 Stunden im Voraus möglich. Bitte beachte, dass eine Übereinheit mindestens 30 Minuten betragen soll. Die maximale Buchungszeit an einem Tag beträgt 3 Stunden. Bitte buche deine Übereinheiten immer nur so, dass sie zum Viertelstundentakt beginnen und enden. Worauf ihr unbedingt achten solltet. Eine gebuchte Übereinheit verfällt, wenn die Studentin oder der Student sich um mehr als 15 Minuten verspätet. Gebuchte Räume, die bis 15 Minuten nach Beginn der Reservierung nicht in Anspruch genommen wurden, werden vom Förtner an andere Studierende weitervergeben. Um deinen gebuchten Raum in Anspruch nehmen zu können, musst du bei der Schlüsselabholung beim Förtner deinen Studierendenausweis vorzeigen. Deine Buchungen sind übrigens für andere Studierende anonym. Nur die Pförtner, die Verwaltung und die AG Raum können sehen, wer die Überräume gebucht hat. Räume für Kammermusikproben können nach wie vor über die Mailadresse raumanfrage.hmtm.de auch weiter im Voraus gebucht werden. Dafür muss ein betreuender Dozent angegeben werden. Das Online-Buchungssystem ist neu und wird noch verbessert werden. Bis es soweit ist, vermeidet bitte! Klicke bitte nicht in den Kalender hinein, da dann die Übereinheiten im Zwei-Stunden-Takt vergeben werden. Diese Zeiten können aber mit den Raumbelegungen kollidieren. Entscheidend ist, was du in den Feldern oben eingibst. Solltest du eine nicht mögliche Raumbuchung vorgenommen haben, erscheint eine Fehlermeldung. Lass dich nicht irritieren, dass diese auch dann nicht verschwindet, wenn du anschliessend eine richtige Raumbuchung vornimmst. Die Fehlermeldung verschwindet erst, wenn du einen neuen Raum auswählst. Unabhängig von der Fehlermeldung werden korrekte Raumbuchungen richtig gespeichert. Beachte auch die Öffnungszeiten der Hochschulstandorte. Derzeit ist es nämlich technisch möglich, Räume zu buchen, obwohl die Hochschule geschlossen ist. Leider ermöglicht das System aktuell noch Buchungen von nur wenigen Minuten. Durch ein solches Zerstückeln der Reservierungen ist kein sinnvoller Überbetrieb möglich. Um eine vernünftige Raumnutzung zu gewährleisten, bitten wir euch immer mindestens 30 Minuten zu buchen. Bitte helft gemeinsam mit, dass das neue Online-Raumbuchungssystem gut funktioniert und sich dadurch die Raumsituation für uns alle verbessert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017